Hast du den Aufzug wieder hochfahren lassen? Keine Ahnung Knaftes Henrik! Oh ne, hier ist noch gar nicht knaftes Henrik So, knaftes Henrik Das war knapp Ja Gut, dann hast du keine Ahnung Aber ich will es halt Nicht vorher Trotzdem alle Füge, die man ziehen kann Ich sterbe Oh mein Gott Ah, das hat mich einfach insemini tötet Ich hab's gesehen Ach so, ich hab ein anderer Donder, die freie Liedung auch gefehlt Ach, man muss sie töten, damit man das schafft, Schatz bitte jetzt nicht Wirklich nicht Ok, ich glaub ich sterbe Ja Ich hab's gerade nicht Oh mein Gott Sag mal Sag mal Dankeschön Guter, der Schlag von mir Schon wieder guter Schlag Schon wieder Schon wieder Ich hab ihn dafür Oder gibt's hier noch einen anderen Weg, ne Ja Heiko Meinst du, ich kann da runter mit der Geste? Ne, kann ich nicht Ja Hehehe 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 Warte, ich mach's hier Hehehehe Ha! Oh tschüss Scheife Ha! Hehehe Voih. Oh Seelamen He. Meinst du, ich kann an dir vorbei mit der Geste? voll Ich falle rüber. Na, in gewisser Weise bin ich an dir vorbei. Ja, in gewisser Weise bin ich schon. Die Dame der Geste kannst du ja gehen. Meinst du? Ja. Na gut. Wutnen lol? Ich bin wirklich runtergebrochen. Warte, dann kann ich auch runter. Warte, schaffe ich den Rest auch noch? Ach ja, lol, hier geht's halt wirklich runter. Schön mit der Geste. Schön, Post. Ach du. Hui. Also, ich bin ordentlich mit der Geste auf X. Mach du mal auf X. Alter, such die. Du brauchst immer auch immer den nächsten Schuss, gell? Ja. Von deinem Weed. Das ist der älteste Halle. Was? Okay, also der Trick ist... Wieso ist das jetzt? Dass man mit der Geste da runter geht. Genau. Ja, okay, ich bin dabei. Oh, scheiße. Mein Quatsch. Aber lol, was ist da unten? Was? Warte, ich komm. Ich komm bei Bruder. Rechts, ich sterbe. Ohohoho Oh 거기 Grüne Schärfe, zwei Mal Oh, du habe ins Gerück fast Ich auch Ich hab noch geschlafen Ich muss hier einfach einmal im Kreis laufen Hey, ich bin heute schon beim Holz gestanden gesprungen Ernst, du hast es geschafft? Ja Also hier, fallen lassen Man kann sich das einfach fallen lassen Okay YOLO Scheiße Nice Geklaftes Arschloch Okay, die laufen einem aber nicht hinterher, ist der spannend Da hinten hin Ja Wollen wir wetten, dass die mich jetzt treffen? Freier Das ist ja selbst Du Hupensöne Loll, ist das schloss? Wahrscheinlich hat der andere mit ihm zu fest auf den Fuß getreten Ja, Entschuldigung, aber ist alles voll mit Lava Ähm Aua 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 Ja, der hat lächerlich viel HP. Nein, mein Endgegner, die Wurzeln. Oh mein Gott, Hilfe. Alter, diese Scheißdinger hier. Alter. Da, wo die Lücke war. Oh, ne, Wurzeln. Komm. Oh ja, oh ja, viel riecht mein Arsch. Gut. Ja. Ja, ich bin extra extra damit eingerieben. Extra für dich, weil ich mir dachte, die Situation, die kommt heute. Oh wow. Hat so gut. Oh ja, okay. Was hat der das jetzt gebracht, den nicht vorher zu töten? Verstehe ich jetzt nicht. Das bei mir aussah. Hat der dich geschlagen? Ja. Der hat ja nicht irgendwie getroffen. Doch. Der steht hier so. Mein, mein Poistert. Ha ja, ha ja, ha ja. Und du dann so, ha ja. Sagt so lustig aus. So nach dem Motto. Leoni das so. Das ist Sparta. Und eigentlich so. Das ist Sparta. Und tschüss. Volke langweilig. Mit der Geste, oder? Ja, meinst du, ich komme da durch das große Loch in das Lava-Gebiet mit der Geste? Ja, guck mal. Ich glaube, das ist possible, oder? Na, fast. Du, schlau. Ja, ja, ich hab's geschafft. Bitte rüben. Hallo. Ich hab's nicht so sehr. Du musst hier runter. Wir haben mal vor. Ja, los. Ja, vertrauen wir. Nein. Hey, vertrauen hast du dir verspielt. Ja, ich hab's geschafft. Gleich. Für das alte Mast. Oh, das sind Bros. So, so Bros, möchte ich das auch. Mein Schatz, ja, auf der Schokolade drauf zu kleben. Nein. Ich hab' noch Marmelade drauf zu kleben. Ich hab' noch Marmelade drauf zu kleben. Sag mal, das ist ja alle. Nein, auch nicht eins schaffen. Wie willst du das denn für schicken? Oh, das wär' so lustig, wenn dir jetzt runtergefallen wär's, weil er auf mich gesprungen wird. Aber das sehen wir dann in einer anderen Episode. Oh, ich hab' noch... Aaaaaaah! Nein, 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 ich sterbe! Oh, ich steh' mal! Oh, das war eine scheiß Trille da! Hopp, schlag, schlag dauernd gegen die Wand dauernd. Gehen wir etwas, leider! Was ist denn nun mal los? Neckert. Wie immer. Wie kann ich immer! Warte, 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 warte! Okay. Okay. Ja, okay. Ja! Oh, Papa, du bist so toll. Okay, ja. Okay. Bye. Tschüss! Ach, jesu. Oh! Oh, Gott! Alter, voll in seinem Schnauzen. Alter, sieht das Feld bei dir auch so komisch verschwommen aus. Ja, richtig komisch aus. Jetzt rumpelt der? Nee. Der rumpelt der nicht. Ah, wie süß. Ach, wir können ihn doch nicht töten. Der Arme. Ah, das ist traurig. Ach, komm. Ach, scheiße. Was war das? Ja. Ja, das ist so einfach gerade. Ich bin etwas verwirrt. Ja, ich bin etwas verwirrt. Oh, Halleluja. Oh, nein! Alter, wenn das jetzt eine Mimik gewesen wäre, dann hab ich nicht nachgeschafft. Tolles Jahrhundert. Ich bin gerade etwas verpeilt. Ach, die Katze kommt rein. Die will ich nicht... NEIN! Ach so, wo ist das? Oh, nein! Du bist so ein Wichser, Alter. Oh, wenn man bei dir aufmaßt. Ach so. Ach so, wo ist das? 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 Ich mach mal Räuberleiter, aber ich schaffe das da hoch. Ich schaffe das da hoch. Mach mal Räuberleiter, wir kommen da hoch. Los. Ich muss so machen. Hey, warte mal nochmal. Ach so, wo ist das? 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 Ich schaffe das. Wo müssen wir denn hin? Ich schaffe das hier. Hier. Ach, hier. Ich schaffe das hier. Oh. Hahahaha. Wieso sterbe ich da? Du wirst doch nicht drunter springen. Bin ich gesprungen. Scheiße, Alter, jetzt ist ja okay. Ich schaffe das hier. 209. Okay, Heiko. Todesmutig, okay? Ja. Ich teste das. Alles safe. Alles safe. Easy. Gehst du ein bisschen zu weit weg? Schnell. Ups. Hahahaha. Ist das für ein Scheißgewicht? Hahahaha. Hast du den hier schon gesehen? Der hier oben liegt. Guck mal, wie der einfach entspannter in die Ferne guckt. Hahahaha. Ehehahaha. Aber wie der auch noch sein Kopf auf dem Arm steht. Das ist schon durch dich. Ist der gerade runter gelaufen? Vielleicht hab ich runter gelaufen? Das ist der letzte Witz, oder? Wow. Gitterweil. Weißt du was? Du kannst doch einfach hier außen rum gehen, ne? Du wolltest es so. Du wolltest. Du wolltest. Du wolltest es so.